Da ist die Flagge, die wir noch nicht gesehen haben! Einfach Lionel Messi! Digga, was? Aus dem Nichts! WTF? Ey, ich kann mit dem Rennen! Nein! Nicht verlassen! Da sieht man mal, wie verpackt dieses Menü ist und warum das so ein Delay hat. Oh mein Gott! Nein! Nicht verlassen! Ich will nur schießen eigentlich! Ey, ich kann Rainbow alles machen! Ah! Da sieht man mal, wie verpackt... oder warum dieses Menü so verpackt und... und Delayed ist. Oh mein Gott! ZEEL! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Messi! Oh mein Gott, das ist auch besser! Was? Nein! Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott! Nein! Ja! Ja! Du weißt, was du machen musst! C-L-I-E-P! Rein mit! Machen wir einen Clip rein, Leute! Das hat einer verdient! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Danny, geh mal! Danny da Costa! Danny da Costa! Danny da Costa! Danny da Costa! Danny Danny! Jürgen Rossa im Volli, Mann! Jetzt siehst du, was echte Aggressionen sind. Wow! Was war das für ein Tor! Das war wunderschön! Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Oh! Wie schön war... Also auf einer Skala von 1 bis 10, ne? War das ja locker eine 11, oder? Dann weißt du direkt, boah, Korea... Korea weißt du direkt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Junge! 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 Ich komm gar nicht klar! Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Freunde! 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 Fuchen erschuscht alles, Bruder! Er erschuscht alles! Hier, Bruder! Schiri, abpfiff! Schiri, abpfiff! oh mein gott freund oh mein gott freunde shiri hey shiri guck mal eine minute shiri hat nicht abgefiffen skandal 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 er hätt schon längst abpfiffen wir nein ihr habt es gesehen ihr wart offiziell dabei ihr wart offiziell dabei natürlich nein ich trottel ich trottel ich gott ich gott man spielen kann kriegt das nicht hin passt jetzt hier mit dreier runter freunde ziehen hier kurz mit r1 damit der kurz kommt mach jetzt hier mit r1 und passt das dann nach vorne geht kann ihn nicht anspielen aufs radar kurz geschaut mache jetzt hier den druckvollen pass auf die linke seite druckvoller pass zurück auf modric drehe mich hier weg weil keine richtige anspielstation pass auf roulet mb kurz holen und fund und doch so simpel freunde so simpel kann fifa oh mein gott Oh mein Gott, das klippt jetzt jemand. Nein! Hä? Das war das härteste Foul, das ich in meinem Leben gesehen habe, der ihn umgebracht hat. Ne, ne, ne. Geh hin, geh hin, geh hin, geh ihm nicht nochmal den Ballhalter. Nein! Leute! Was? Das ist so dumm. Oh mein Gott, oh mein Gott, was ein Tor. Das ist so krank schlecht, Digga. Ey, was geht hier ab? Babu! Was ist das? Nein, ach bitte! Ey! Ey! Hallo! Gib mir den Ball! Oh mein Gott, was war das denn? Wie das eine Taktik? Nein, das darf doch wohl nicht wahr sein! Das... Ich brauche ein Ei! Grün! 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 Wie kann ein grüner Ball so krass daneben gehen, Alter? Those zwei auch haben wir ja. War noch ein bisschen bitter, aber... Eja! ihrer Mann 300 Was? Also das war... Wenn das ballgespielt war, dann heißt ich erstmal Weihnachtsmann... JOL! Bruder! Wir sind ja in game! Wir sind ja in game! Oh! Oh! Ha 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 ha! Waa! Losalo, sei in der Fresse grade! Ne! Ne! Das kannst du mir nicht sagen! Stark! Jetzt! Jetzt aber! Was? Was hat der getan? Das ist nett wahr! Das ist nett wahr! Das ist nett wahr! Hier kommt der Keeper, Jungs! Der Keeper, der will auch einen! Zamberto! Spiel ihn gerne! Wo ist er denn? Hinter dir! Sie kann man ihn nicht sehen! It's gone! Oh Gott! Oh Gott! Wurde man sagen, irre genommen! Ey, das musste an der Clip ohne Scheid! Das musste an der Clip! Guck mal, er ballert den übelst rein! Was ist denn hier schon wieder los in meinem 16er? Yo! Und jetzt geht der Ball rein, oder was? Ja gut! Tornado-Tor! Boah! Elfer! Jetzt darf ich! Jetzt darf ich! Ich rette mit euch um 300 Millionen Drill-1000 Euro, er wird ihn nicht reinschießen! Geht schon mal davon abprallen! Ich will hier weg! Ich will nach hinten! Warte! Rasch ihn! Rasch ihn! Rasch ihn! Rasch ihn! Dings! Oh! Bring! Was macht der? Was macht der? Elf Meter! Jetzt darf ich nochmal! Jawohl! Jawohl! Er macht ihn wieder nicht rein! Entweder! Was zumisum, was geht ab? Kann mein Rollet vielleicht mal auf... Ich hab grad gesehen, mein Rollet lag einfach regungslos am Boden! Loll! 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 Was ist das denn? Oh mein Gott! Dieser Gegner ist halt... Der ist nicht schlecht, aber der ist lange nicht gut! Und in der Normalform muss ich den locker eigentlich... ...weghauen! Ja, das war kein Elfer! Schade! Herrlich, schade, Mann! Oh, oh! Komm jetzt! Imbapé! Ich hab' den rot! Jetzt lacht dich auf! witnesses! Ei! Das ist doch nicht wahr, Mann! Bitte, Mann! Der ist 100 KW wert! Aber der ist ja 100 KW wert nicht wahr! Der ist ja auch... ... Bis zum nächsten Mal.